Ihr seht doppelt richtig zwei Cadillac STS. Großes Problem, denn die Zylinderkopfdichtung ist kaputt und das ist sehr auffällig, weil der Motor unten raus muss. Das haben wir bei dem schon hinter uns. Das ist nämlich eine typische Krankheit für den Cadillac-Modellen. Und ja, genau deswegen werden wir den tollen Cadillac auseinandernehmen. Und ihr dürft euch dabei sein. 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 4,7 Liter ohne irgendwas. 4,7 Liter ohne irgendwas. 5,7 Liter ohne irgendwas.